Steht uns allen in Deutschland der Blackout bevor, so wie es gerade auf der Insel Usedom passiert ist? Angeblich bereitet die Bundesnetzagentur jetzt schon Unternehmen darauf vor, dass es zum Blackout kommen kann. Und damit Moin zusammen, ich bin Olli für kritischen Content, bis genau richtig, lass jetzt gerne ein Abo da. Und wir wissen um die Situation. Wenn man in Baden-Württemberg wohnt, kann man sich die sogenannte Stromgedacht-App herunterladen und wird darüber informiert, wann es doch zu, ja ich sag mal, Stromschwierigkeiten werden kann. Und das hat es ja schon sehr häufig jetzt in den letzten Monaten und letzten anderthalb Jahren generell schon gegeben, dass man eben dort die Warnung erhalten hat, möglichst zwischen diesen Zeiten, so zum Beispiel mal drei, vier Stunden am Stück, keinen möglichst großen Stromverbraucher einschalten, ansonsten könnte das Netz komplett ausfallen. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das für ein Eingeständnis von den Netzbetreibern doch schon ist. Nun sehe ich heute diese Nachricht bezogen auf eine Pressemitteilung der Bundesnetzagentur, heißt es nämlich bei Apollo, bereitet die Bundesnetzagentur Unternehmen auf den Blackout vor. Ja Leute, und es könnte genau darauf hinauslaufen, dass eben Unternehmen sich darauf einrichten müssen, dass sie nicht mehr rund um die Uhr mit Strom und Energie versorgt werden können. Denn hier heißt es, die Bundesnetzagentur hat ein Festlegungsverfahren zur Überarbeitung der Netzentgelte für die Industrie eingeleitet und am Mittwoch ein entsprechendes Eckpunktepapier vorgestellt. Habe ich auch rausgesucht, alles unterhalb des Videos verlinkt, wie ihr das von mir kennt. Heißt es nämlich hier vom 24. Juli, Bundesnetzagentur plant die Reform der Netzentgelte für die Industrie. Schon sehr, sehr nett dafür ausgedruckt, was hier eigentlich auf uns zukommt. Denn, Zitat, die alten Netzentgelterabatte entsprechen nicht mehr den Anforderungen eines Stromsystems, das von hohen Anteilen erneuerbarer Stromerzeugung geprägt ist. Wir wollen zukünftig systemdienliches Verbrauchsverhalten der Industrie besonders anreizen. Überlegt euch da mal, was das schon wieder für eine Formulierung ist, wo man doch direkt weiß, was es bedeutet. Das heißt, derjenige, der zu viel Energie benötigt, der zu wenig Geld für Energie ausgeben kann, doch Probleme bekommen. So interpretiere ich das. Ihr könnt es für euch mal gerne unten reinschreiben. Und hier, Industrie und Gewerbe sollen reduzierte Netzentgelte zahlen, wenn sie in Situationen mit hohem Stromangebot mehr Strom verbrauchen. Andersherum erhalten sie auch dann eine Reduktion der Netzentgelte, wenn sie in Zeiten eines knappen Stromangebots weniger Strom verbrauchen. Ja, Leute, in der kompletten Planwirtschaft sieht es offensichtlich genau demnach aus, dass man sich darauf einstellen muss, eben nicht mehr, wie wir das gewohnt waren, zum Kühlschrank zu gehen. Du machst den auf und siehst, oh, Strom ist da. Ich bin nämlich der Überzeugung, dass sich das hier auch auf die Privathaushalte ausweiten wird. Und hier geht es dann noch ein bisschen weiter. Wir schlagen einen Übergang von einem Starren in ein flexibles System vor. Wir wollen das zukünftige System nun ausführlich mit allen Akteuren erörtern. Das sagt der Herr Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur. Und wenn wir jetzt wieder zurückgehen hier, durch eine veränderte Preisgestaltung sollen Betriebe dazu angehalten werden, ihre Energieabnahme in Zeiten niedriger Preise zu erhöhen und bei hohen Preisen zu reduzieren, wie wir gerade gelesen haben. Und dann geht es hier weiter. Die Agentur plant ab 2026 ein neues Sondernetzentgelt einzuführen, das flexibles Verhalten belohnt. Dieses soll die Industriekunden dazu anregen, ihren Energieverbrauch, der Schwankungen der Strompreisbörse anzupassen, um die Netzstabilität und die Integration erneuerbarer Energien zu verbessern. Es wirkt so, als würde man seitens der Bundesnetzagentur die Unternehmen im Voraus auf einen möglichen Blackout vorbereiten wollen. Roms! Wow! Das ist eine krasse Aussage. Und ich interpretiere das an dieser Stelle wirklich sehr ähnlich. Denn was ist denn die Quintessenz? Die Quintessenz ist, Leute, Unternehmen, geht hin. Ihr bekommt das durch einen monetären Anreiz, günstigeren Strom, wenn ihr zu Zeiten produziert und den Strom abgreift, wenn nicht so viele das tun. Worauf soll es hinauslaufen? Gibt es ja mehrere Szenarien. Nehmen wir mal an, eine Firma produziert jetzt morgens früh ab 7 Uhr. Jetzt machen das alle Unternehmen in dieser Region. Dann ist logischerweise dort natürlich ein hoher Energiebedarf in dem Moment nötig. Jetzt sagt man den Unternehmen, ihr bekommt es aber günstiger, nicht morgens um 7, sondern morgens um 3 Uhr. Was wird passieren? Die Unternehmen, die das machen können und die Mitarbeiter mitmachen, werden sagen, ja, okay, das machen wir 3 Uhr, weil sonst können wir nicht mehr konkurrenzfähig produzieren. In den höheren Zeiten ist das Ganze zu teuer. Möglichkeit 1. Möglichkeit 2 bei diesem Szenario der Möglichkeit 1 bedeutet, die Unternehmen gehen hin und machen das. Was ist aber, wenn das alle machen? Genau. Dann hat es nichts gebracht. Dann ist das nur eine Verschiebung. Weil, wenn man sich die aktuellen Marktdaten dazu anguckt, sehen wir das Ganze ja hier. Guckt euch doch mal die Zahlen an, die lügen ja nicht. Man hat ja keine Möglichkeit, adäquat hier mit Energie versorgt zu werden. Denn die rote Linie hier, die bedeutet ja die Gesamtlast. Stromverbraucher, realisierter Stromverbrauch und der prognostizierte. Wir nehmen mal hier den prognostizierten raus und nehmen mal den realisierten nur rein. Dann ist es nochmal ein bisschen ersichtlicher. Wir sehen ja, hier zur Mittagszeit, zur Zeit scheint ja ein bisschen die Sonne. Da sind relativ viele gelbe Spitzen, die hier drin sind. Das ist gut. Aber wir sehen ja auch, in der Nacht scheint halt keine Sonne. Und das wird sich auch nicht durch solch eine Änderung in irgendeiner Art und Weise ändern. Dann sehen wir das Dunkelblau hier. Das ist Windenergie, die manchmal, je nachdem halt funktioniert. Aber wir sehen eine massive Schwankung. Und was sehen wir weiterhin? Wir sehen, dass wir uns schon ab der Mittagszeit von hier 15 Uhr, Nachmittag von mir aus, 15 Uhr nicht mehr mit Strom selber versorgen können in diesem Land. Bis zu 11 Uhr mittags. Wir haben quasi von 11 Uhr bis 14 Uhr, bis 15 Uhr haben wir eine eigene Stromversorgung, die ausreichend ist. Das sagt diese Karte hier ganz klar. Es gibt auch die Bereiche, wo wir zu viel Strom haben. Das ist hier auch, ja, diesmal von 10 Uhr bis 16 Uhr. Da hat es ein bisschen länger die Sonne geschienen, ein bisschen mehr Energie, die zur Verfügung stand. Wir sehen, dass beispielsweise der Wind war hier auch stärker als in diesem Beispiel. Aber damit kann doch ein Unternehmen nicht planen. Das ist doch unmöglich. Es reicht nicht aus, diese Flatterenergie, der Flatterstrom offensichtlich, um Deutschland mit Strom adäquat zu bedienen. Dann nutzt es auch nicht, wenn es heißt, ja, du kannst aber nachts produzieren, da hast du den Strom dann günstiger. Wo kommt der denn dann her? Richtig, aus dem Ausland wird der teuer eingekauft. Und hier, der hier, wird teuer ins Ausland verkauft. Nein, das kannst du dir alles nicht mehr aussenken. Black-Odd-Sorge wegen Erneuerbaren heißt es hier. Aktuell profitieren rund 4.600 Unternehmen von Sondernetzentgelten, die eine Netzentgeltreduzierung von über eine Milliarde Euro im Jahr ermöglichen. Diese Ermäßigung führen zu einer Umlage, die in diesem Jahr 0,643 Cent pro Kilowattstunde beträgt, welche von allen Netzbenutzern getragen wird, heißt es hier. Ja, Leute, Klaus Müller, der heißt es hier nämlich auch noch, dass die alten Netzentgeltrabatte nicht mehr den Anforderungen hier eines Stromsystems, der es von hohen Anteilen erneuerbaren Stromerzeugung geprägt sei, entsprechen würde. Zitat, wir wollen zukünftig systemdienliches Verbrauchsverhalten der Industrie besonders anreizen und schlagen einen Übergang von einem Starren in ein flexibles System vor, wie wir gerade eben in der Nachricht auch schon gelesen hatten. Ich bringe es aber nochmal hier rein, weil es so unfassbar ist, was das wirklich bedeutet. Ich gehe davon aus und deswegen bereite ich mich auf eine solche Situation ganz klar vor, dass wir massive Stromdefizite in Deutschland weiterhin sehen werden. Usedom war jetzt ein Beispiel, was gerade aktuell ist und wir werden solche Situationen nur noch häufiger mitbekommen. Davon gehe ich leider aus. Schreibt eure Meinung unten rein, was haltet ihr davon, abonniert den Kanal, bis zum nächsten und ciao.